Du machst kaum Schaden, du bist komplett unnütz. 10 Mana, 10 Leben, ein bisschen Giftwiderstand. Äh, nope. Die ganzen großen Tränke tausche ich mal aus gegen die kleinen. Plopp. Weg. Jetzt ist auch, glaube ich, wieder so ein Schritt erreicht, wenn ich die ganzen Quests abgegeben habe. Die Quest ist... Hä? Moment, ich muss... Warte, 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 warte. Ich musste mit Drogen dann doch reden. Ich habe die alten Aufzeichnung studiert, um den Standort von Tal Raschers Grab zu finden. Aha. Kommt näher und lasst uns handeln. Äh, ja. Tal Rascher, mein Arsch. Und, na. Yay. Die geheime Zuflucht. Toll. Äh... Nicht. Klopp. Einmal wieder verbinden. Verbinden. I did the Horadrin-Stab. Der macht... Äh, Horadrin-Stab, der macht... 12,20. Schnell Mana. Widerstand ohne Ende. Bringt mir relativ wenig. Den lasse ich da einfach mal drin. Und kann ich noch irgendwas verbinden? Ja, ich kann noch mal hier sowas verbinden. Äh, ham. Sowas hier verbinden. Natürlich nicht mit dem Stab, das wäre... Ups, ich hätte es auch schon vorher verbinden können. Also diese Regenerationstränke werde ich später garantiert nochmal brauchen. Max-Schaden. Ich hab nix zum Sockeln. Behalt dich. Kommt weg. Dann... Guck ich mich mal nach... Irgendwas... Epischem um. Dreifach gesockelt. Aha. Da könnte ich assigen Schaden drauf kloppen. Hm. Andererseits das Ding macht... Okay, so gut ist das nun auch wieder nicht. Äh, ich guck mich mal nach ner Einhandwaffe um. 1,24... 1,24... Giftschaden. Oh. Da könnte ich auch Schaden und Ende drauf kloppen. Allerdings... Mag ich meine Barrikade. I do like... Äh... Ja, Stab zu Tarasches Grab. Suchen sie Palast Zuflucht. Bla, bla, bla. Unwichtig. Äh... Hallo. Du. Glücksbringer. Äh... Oh, ein Hammer. Ah, Hammer. Kampfachs da. Ne, nichts dabei, was ich will. Was hast du denn sonst so für ein Zeug? Unnütz. 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 Ey, komm, ich hab Geld ohne Ende. Ähm... Warum soll ich das nicht mal ausgeben? Und ich glaube, die werden sogar besser. Ich will ne Sense. Ich will, ich will es einfach mal ausprobieren. Dämonenschaden. Pfui! Ne neue Barrikade. Nein. Nochmal ne Sense. Mal gucken. Ähm... Pfui! Ich hab trotzdem Geld. Ich hab... Und ich hab grad ein bisschen Zeit. Ich will das einfach. Äh... Da. Ne Doppelack. Abgesaugtes. Nein. Nein. Äh... Ist das ne Zweifachachs? Ist das ne Spieße? Ist das ne Irmbus? Nein. Oh, ich weiß noch, als ich hier mal das Glück hatte, einen Chaco zu bekommen. Ah, ha, ha, ha. Chaco, die Harlekinskappe. Nein, wie toll. Äh... Ach, komm, ja. Das... Hab ich nicht nötig. Brauch ich gar nicht. Nein, nein, nein. Ich bin kurz vor nem Level ab. Ihr dürft den Palast mit... Gute Nacht. Oh, warte mal. Als der Ärger hier anfängt, ich habe von euren vielen... Was ist das? Äh... Tal Raschers Grab. Was ist das nochmal für ne Mission gewesen, die in der Mitte? Hm. Weiß ich nicht. Ich muss mich einmal kurz muten, weil ich mir die Nase putzen muss. Helft mir. Und dann habe ich mir, by the way, auch nochmal einen Salbei-Bong-Bong geholt. Äh... Für den Hals. Damit die auch morgen noch kräftig kommentieren können. Das ist... Harem Level 2. Harem Level 2. Links oder rechts? Links oder... Ich nehme die hier, weil die Treppe mir mehr zusagt. Und ich brauche einen Wolfi. Mhm. Mhm. Jo, damit kann ich zufrieden sein. Mhm. Ich schlafe eine Tür. Oh. Dünenbestien. Aua. Tölpelträger. Okay, das ist ein bisschen Panne, der Name. Äh. Was macht ihr hier? Das sind dumme Skelette. Macht ihn doch tot. Hallo? Was würde ich jetzt dafür geben, eine Zauberin zu sein? Ich könnte mich hier überall durchporten. Ja. Da erinnere ich mich noch richtig. Das wäre, glaube ich, Harem Level 3. Hm. Ich weiß noch ungefähr, wie dieser Harem hier funktioniert hat. Allerdings frage ich mich doch wirklich. Äh. Hallo? Das ist ein Harem. Wo sind die ganzen Frauen? Ich will ein bisschen Spaß haben. Ne dumme Tölpelträger. Hallo? I'm level up, bitch. Ahem. Boot. Und verderben. Pop. So, das Ding ist auf 40. Das lasse ich jetzt in Ruhe für den Rest des Spiels. Stärke ist in Ordnung. Dann kommt der Rest darauf. Ja, 84 sollte reichen. Eine Skillung. Ähm. Zwei Wölfe. Leben. Hmhm. Hmhm. Ich weiß nicht, ich will später den Grizzly haben. Definitiv. Sonnenkrieger. Arsranke. Das macht im Moment nur mehr Leben. Das macht mehr Dauer und mehr Leben. Ne Quatsch. Mehr Schaden und Verteidigung. Das macht mehr Dauer. Max Leben. Ja, ich will die Feuerklaue haben, deswegen, äh, baue ich da mal drauf hin. Palastkeller Level 1. Wow. Das ging schnell. Der Harem ist nicht allzu kompliziert. Der Palastkeller ist das, was manchmal ein bisschen Probleme bereitet, Sachen hier zu finden. Ist aber auch noch nicht so schlimm. Barbarin. Ich will mal wieder ausprobieren, wie ich als, äh, Wehrwolf rumlaufe. Äh. Ah, da ist die Wehrwehrform. Äh, Wehrwolfform. Wie mache ich so Schaden? So, habe ich aber asigen Angriffswert und asiger Attack Speed. Das weiß ich noch. Mhm. Ja, und ich habe Barbarenwucht. Das macht auch, äh, bei aufeinanderfolgenden Treffern, äh, ja, was macht das da eigentlich? Geschwindigkeit höher, geraubtes Leben. Mhm. Ganz nett. Oh, Palastkeller Level 2. Das ging auch schnell. Wolfie for the win. I like Wolfie. Oh, Horror-Magier. Super. Giftzauber. Kann ich nicht gebrauchen. Hm. Kann keiner gebrauchen, aber... Ich jetzt gerade besonders nicht. Wow. Äh. Der Wehrwolf hat doch auch einige Vorteile noch. Also... Jetzt, wo ich gerade die Barbarenwut mitbekomme, ich bin ja schnell ohne Ende. Da sollte ich mich gar nicht erst dran gewöhnen. Palastkeller Level 3. Welchen Palastkeller bin ich denn jetzt? Äh. Kacke. Ich kann das nicht sehen, weil, äh... Scheiße. Weil Fraps das verdeckt. Ähm. Aber es geht ja eindeutig nach unten, also... Super. Ich glaube, es war auch schon die richtige. Mhm. I pop you, I see you. Leben ab. Äh. I have keinen Wolf mehr. Mhm. Gehörunterhelm. Andererseits, wenn ich schneller zuschlage, verbrauche ich auch... Oh. Portal gefunden. Geheime Zuflucht gefunden. Oh yeah. Es hat nicht der Architekt der Natur entworfen. Nee, hat er auch nicht. Habe ich überhaupt irgendwas, was ich zurückbringen will? Äh. Nein. Äh. Nein. Kann ich sogar hier lassen. Mhm. Und ich habe mich dafür entschieden, hier auch weiterhin den Wolf zu schlagen. zu benutzen. Weil ich kann diese Geschwindigkeit gut gebrauchen. Da ich in der... Okay. Das will ich gar nicht erst. Äh. Da ich in der Zuflucht den Glück habe. Es gibt vier Wege. Ein Weg führt zum Ziel. Und ich habe immer das Glück, den falschen Weg zu wählen. Immer. Wirklich. Immer. Hallo, Höllenclan. Wenn ich zu viel Schaden bekomme, dann wechsle ich wieder auf den Bären. Aber... Ich brauche hier Speed. Boah, die Viecher saugen Mana ab, ey. Assiger geht es ja wohl kaum. Dumme Geister. Die Geister stressen am meisten rum. Okay, korrigiere mich. Der da stresst am meisten rum, weil er Leben abzieht. Alter, dafür droppen die Dinge auch richtig dicke Mana-Tränke. Oh, ich glaube, ich will doch wieder den Bären. Also ich ziehe einfach zu viel Schaden damit. Hört ihr dem Aufhören, mir die ganze Zeit Mana abzuziehen. Das stresst doch nur. Habe ich schon wieder alles alleine gemacht, ey. Heiltrank. Mhm, mhm. Ich finde die Zuflucht... Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich Probleme mit dieser Zuflucht. Weil... Wie gesagt, ich nehme halt immer den falschen Weg. Ich weiß, das ist meine eigene Dummheit, aber ich nehme halt immer den falschen Weg. Heilige Kugel, aha. Und ich sehe einfach keinen Grund, warum es jetzt anders sein kann. Es ist halt immer so, ich nehme den falschen Weg. Mit so vielen netten Geistern macht das ja auch richtig Spaß. Halalala, halalala, halali und halala, scheiße. Definitiv Bär. Aber sowas von Bär. Wenn ich mich nicht dauernd aus Versehen zurückverwandeln würde. Oh, Falkenhelm. Wie gnädig. Mh, Arsranke. Oh, wie toll. Kommt, das nehme ich gar nicht erst mit. So ein Dreck, brauche eh keine Sau. Oh, la, la, la. Ahem, poppt euch. Dumme Mana-Viecher. Dumme, dumme, dumme Mana-Viecher. Andererseits... Oh, ja, es freut mich schon wieder so derbs, dass Numrax von mir noch größere Probleme haben wird als ich. Ich brauche das Mana nicht. Eher schon. Oh, dafür zieht er aber auch, glaube ich, mehr Fleckenfahnen natürlich. Was nicht immer gut sein muss. Ich sollte nicht im... Jetzt brauche ich das Mana. Hallo. Unfair. Feuer und so. Dumm. Fiegt euch. Oh, ey. Das stresst. Das stresst richtig. Es ist... Kommt, warum werde ich jetzt auch noch mit diesen dummen Identifikationsschriftfreunden voll genudelt? Ah, la, la. Ah. Fickt euch. Versperrt mir nicht den Weg, ihr dummen Bule, ey. Du stielst kein Leben, du Arsch. Das ist Illusion. Popp dich weg. Oh, nee. So ein Hass auf die Dinger. Das geht gar nicht. Was soll der Scheiß? Mein Mann, ordentlicher Edelstein hier. Kotz deiner's an. Nan, nan. Popp. Popp. Popp.